Vielleicht wäre es bei denen sogar sinnvoll, äh, aufzuladen. Das war eine schreckliche Entschuldigung für einen Kampf. Alter. Ich sterb. So, ich muss ihn nur einmal reinkriegen. Ich, ich seh den nicht. Alter, diese Wichslecks. Das geht doch gar nicht. Leute, die haben mich selbst abgeschossen. Warte, komm, ich bin nie wieder, ich bin tot. Oh mein Gott. Ich bin auch gleich tot. Alter, steh ab! Allein! Gib Gas! Ja, Alter, ihr habt so ein fites Leben noch gehabt. Ich hab's gesehen. Ich steuere dich denn da. Ach der. Ich bin der blau. Ich bin rot. Aua. Ich hab schon 50.000 Mal auf den geschossen. Alter, der jagt mich! Alter, der rammt mich! Wie häufig muss man denn auf die schießen? Ich camp jetzt hier um die Ecke. Tja. So, das war Nummer eins. Und das war Nummer zwei. Ja, Mann. Ich hab's ja so fucking 50.000 Mal auf den schießen. Boah, wenn wir gleich eine Tetris spielen müssen, dann wär das eh fisch. Oh mein Gott, das ist so viel, das ist so voll kacktig. Okay, was soll denn noch Schlimmeres kommen als der Leck jetzt? Bei mir auch gerade. Oder Scheiß. Aber die Aufträge sind anspruchsvoll, ey. Alter! Ja, 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 was auch immer du sagst. Vergass du diesen schnellen. Oh ja. Genau! Lebt noch einer? Ne. 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 What the fuck, ey. Ich glaub die ganze Zeit wird vollgeladener. Ah. Was ist das? LoL! LoL, ist das alles anders oder was? Oh mein Gott, dann wechselt sich das um. Der 10 geht immer noch gleich. Weil mir der Leck ruckelt dann voll. Das geht aber, das ist nicht so schlimm. Alter. Töte alle Deckers. Wo denn? Ich seh grad auch keinen. Oh mein Gott! Debugge den Fehlerbildschirm, what the fuck? WTF? Okay, drücke einen Knopf um fortzufahren. Debugge den Fehlerbildschirm. LoL. Wär das geil, wenn jetzt einfach so Blue Screen Dingen erscheinen würde, ne? Ja, Mann! Ja, Mann! Das gefällt mir hier gar nicht. Das gefällt mir hier gar nicht. Ja genau Ganz schnäßlicher Gott Wo ist er hin? Loll! Alter, nicht auf mich! Jawoll, jetzt mit Lack Ah, fuck, wo ist er denn jetzt? Der fuckt uns doch jetzt... Los, geht denn jetzt ab? Leer Loll, Alter, ich hab grad so'n Finishing-Move oder sowas Hast du denn auch? Ja, hab ich Was ist das? Get down Okay Ah, linke Maustaste drücken Was? Warum muss ich denn nichts drücken? Okay Kein Plan Fuck Was ist los? Ich bin langsam Tito Wir können wieder so'n Move machen Was ist da? Achso, öfters Nein! Nein! I thought you'd be faster than this Aua! Wo ist er denn jetzt? What? What? Was geht denn? Loll! Was? Alter Wo ist der hin? Keine Ahnung, aber wir sind jetzt die Monster und wir können böse sein B.T.F. Okay, ich sterbe gleich Jo Alter Wie machst du diese... Ah, mit Shift Ich würde die ganze Zeit mal peepen schon Chill mal ein bisschen Dann muss ich wiederbeleben Ja Gehe ich jetzt mal in den Angriff Alter ist das bescheuert Alter wieso kriege ich denn schon wieder Damage Ich glaube wenn ich in deiner Nähe bin Kriege ich Damage von dir Kein Plan Willst du nochmal ran oder was Ja jetzt sofort Geh mal weg Kannst du regenerieren Weil sonst kriege ich denn nicht Also ich bin regeneriert Oh ja Okay Hallo Ja gut Ja deiner Ich hab kein Leben mehr angezeigt Du hast aber noch gut Leben Aber schneller hab ich volles Leben Alter er ist weg Da ist er down Wo ist er hin? Oh shit Drück was? Ja was ein Fight Siehst du das gerade aus der Third Person? Ja ich sehe das in deiner Perspektive Ich muss nur nichts drücken Oh mein Gott Heul nicht fresse Ja man Kopf ab Ah doch nicht Bam Finishing move Fatality Mein Gott Was geht denn? Was geht denn? Was geht denn jetzt? Jawoll Ich würde sagen er ist im Sack Ja gut das war ja überhaupt nicht krank oder so ein Scheiß Ach quatsch Bye Matt Nya I can clear your name Prove that you didn't destroy that bridge I'm sure Kinsey can figure it out I literally have the world at my fingertips It'll fade Matt Gotta do better You tell me the name of a company And it becomes the property of the Saints You get your empire back And I get to walk away Kid Now we're talking What are these? They're back doors into company records One door leads to a weapons manufacturer Giving you discounts on weapons upgrades And the other? An automotive parts distribution house They'll discount work down below the road Pick one and I'll get you set up as a high priority client I swear That is not easy Waffenverbesserung habe ich eigentlich schon fast alles ehrlich gesagt Ich bin auch für Fazit Das ist mit Abstand das teuerste Ja Ups Das ist alles ey Das ist sein Leben quasi wert Nee Ich würde den Oliver töten Diese Hände in mir Wurde zu retten Nicht Hunt und Peck auf einem Kabel Oh, wenn das Typing ist das Problem Ich kann mir ein paar gute Beispiele-Rekognition-Software Ich weiß das beste Shh You stuck with me when I rose from Philippe's ashes like a phoenix You and me We've bonded That's lovely, but I feel it's time for me to move on To be honest, I'm a little scared of Well Dying I do run a demanding workplace Maddie I appreciate how you shared your concerns I mean The way Viola and Kiki handled their Departures Made me just wanna kill someone You know Oh, absolutely Well, I've got a flight to catch, so Maddie Oh, God Feel free to list me as a reference anytime Okay Das ist ganz schön böse, der Typ Quatsch Oh, Mann Wie 20 Achso, nice Bin ich auch Wir haben eine neue Waffe Cyberbuster Jawoll Und als Outfit den Motion Capturing Anzug Outfit? Und als Fahrzeug den Cyberpanzer Und 50%? 50%? Das ist so viel Nice Direkt bei den Pixelpanzer-Team? Nein Ich dachte, wir müssen jetzt hier mal die Aufnahme Pausieren Komm, dann schneller, Bitch Alles klar, ich starte in dem Auto Ich stehe in dem Auto drin Ja, schön Gut, ähm Ja, wir pausieren Bis demnächst Bis demnächst Bis demnächst Bis demnächst